So Freunde, recht herzlich Willkommen zurück zur Erläufung von, guck mal das Logo, das steht da hinten, ich muss es gar nicht aussprechen, ha, los geht's mit Rafiki, mit dem wir jetzt nämlich noch Sachen sammeln und vor allem noch die allerletzte Aufgabe für noch den Friedhof, geil, so let's go, einmal richtig hinsetzen, ich nehme immer so überstürzt auf neuerdings immer, ich bereite mich immer gar nicht vor, fangen wir mal an, ja es fehlt ja wirklich nicht mehr viel, Rafiki fertig machen, äh, ich hab, vom Elefantenfriedhof mal wieder berechtigterweise ein bisschen Angst, aber der Rest ist ja voll okay, wow, was ist hier, Mumro, was war das denn, ist auch grad gesehen, oder, haben wir nicht eingebildet, Ach ja, dieses Sammel ist echt nicht spannend, das ist, ähm, der hat sogar wirklich ein Skateboard, oder, da sind sogar Räder unter, da unten, krass, weiß nicht, was ich noch groß erzählen soll, na komm schon, maaaann, maaaann, Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Aus! Keine Sorge der ist tot! Der krieg das gar nicht mehr mit. Geht der als Trauma, für mich nicht, aber für vieles. Verständlicherweise aber auch, will ich sagen. Hilfe plus Hilfe. Uhuhuhuhuhuhuhu! I don't wanna be told to grow up. Das ist auch eine sehr kindische Einstellung hier. Man muss herwachsen werden, irgendwann. Sich verändern. Veränderung ist gut. Sagt der, der seit 10 Jahren literally die gleichen Videos macht. Egal. Ja, privat hat mich sehr verändert. Ne, 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 ne. Man wird das hier wieder tiefgründig. Gar kein Bock auf Tiefgrund heute. Tiefgrund. Tiefgründigkeit. Profound-ness. Einmal on the tree jumpen. Barking the wrong tree. Juhu. Wieder hier unten. Irgendwann lande ich immer wieder hier unten. 180 Knee Scrapper. Man kennt ihn. So, da bin ich ja gerade langgeschrungen. Eiii. Ich bin's ruhig. Ich bin automatisch losgefahren. Und ich wollte auch hin, aber ich wollte eigentlich noch kurz checken. Nö. Das ist wieder die Kackstelle da oben, ne. Wanne, da komme ich von da oben hin, glaube ich. Hoffe ich. Sehr schön. Das war auch die, ne, die ich gerade da gesehen habe. Ja. Sage ich jetzt einfach. Oh, ich glaube da unten habe ich auch noch eine gesehen. Ja. Nicht vergessen gleich. Okay, bin ich wieder hier. Ihr kennt dieses ein Lied, was ich da mal meine, ne. Was war das aber für ein Lied? Rollen, rollen. Irgendso, ich weiß nicht. 70er, 80er, ja. Rocksong. Ich habe ihn gerade gar nicht mehr im Kopf, aber diese Stelle. Rollen, rollen. Ich meine nicht Limbisgit. Fahren wir mal oben ruf. Okay, da ist es. Ey, Spezial. Wenn ich hier langfahre. Hey, lande ich genau da, wo ich wieder hochkomme, würde ich sagen. Ich muss auch treffen. Den Ast der Vergeltung. Alles tot. Mann, tote Bäume hier. Aber ist auch ein Stäbbel, ne. Ich habe es ja schon erzählt, ne, dass ich es echt ein bisschen lame finde eigentlich, dass hier wirklich die König der... Nein, König der Löwen und halt, ähm... Da oben war noch, ich habe das gesehen. König der Löwen und halt Tarzan reingebaut haben, was halt so... Ja, wenn ich jetzt sage, ähnliche Welten sind, dann würden sich Leute beschweren, weil das eine ist Dschungel, das andere ist Steppe, ich weiß. Das eine ist wahrscheinlich Südamerika, das andere Afrika. Aber... Alles dritte Welt. Also von daher... Was ist das gleich? Nicht an der Kante. Alter, das wäre so awesome gewesen, wenn ich den jetzt gesammelt hätte. Oh, da ist noch einer. Einer, einer Maske. Ich habe bloß gehofft, dass das Lied kommt, damit ich jetzt mal wieder was... halbwegs Gutes hören darf. So, warte mal hier. Ah, da auch. Aber hier rechts habe ich auch weggesehen, ne, genau. Ja, komm. So. So. Oh. Schön. Irgend so im Ast war ja auch noch einer, ne. Auf so einem halben Ast. Glaube ich. Irgendwo. Naja, hier war der Aufgang. Dahinten muss ich auch noch mal hin, aber das hatte ich auch schon vorhin gesehen. Ich war es auf dem Ast. Ja, auf dem Ast ist das Schluss. Grindet doch, du Schwanzgesicht. Meine Güte, ich drück doch Dreieck. Ich träg das mal Schwanzgesicht. Mann. Bede, bede. Ich träg mal den alten Rafiki. Ja, Fiki. Fiki dich hier, Rafiki. So. Alter, du. Ich. Deine Mutter. Man, ganz ehrlich, was ist das denn? Geh, geh doch. Oh, oh, oh. Ich träg mal den alten Rafiki. Grindet doch einfach. Warum wiederholst du jetzt auf einmal deine Sprüche? Bede. Die Folgen länger. Schon mal drauf gucken. Die heute fertig werden. Also nicht in der jetzigen Folge, aber in der heutigen Aufnahmesession. Danke. Da habe ich die Gelben nicht bekommen. Oh nein. Oh nein. Moment, geht's hier mal. Ich muss so überlegen, wie ich nochmal nach oben komme. Ja, hier. Autsch, Autsch, Autsch. Das ist aber nur ein Loch. Okay. Okay. Ey, ich krieg da, dieses Grinden krieg ich irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Warum, warum er nicht grindet manchmal? Das Spektrum, der, 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 die Toleranzgrenze ist bei Tony Hawk spielen aber deutlich größer. Dann kannst du auch 10 Meter nebenspringen oder grindet dran. Weiß nicht, warum das hier so ein Problem ist. Geh jetzt einfach ganz nah dran und drück direkt. War viel besser. So, und zum 27. Mal nach oben. Vielleicht muss ich noch das Special holen. Wobei ich ja noch erstmal, mach ich glaube ich den Schluss einfach. Ey, das ist falsch. Ah ja, da muss ich auch noch hin, richtig. Du, wieso grindest du nicht? Na, Fiki grindet einfach nicht. Ja, da lachtest du, da lachtest du blöd. Ah, die Schnauze, du Arsch. So, hier unten noch einer. Ja, sehr schön, dann habe ich nämlich alle. Achso, da komme ich ja raus. Hey. Hey, 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 hey. Oh, ärgerlich. Hätte ich den noch gekreischt. Ups, falsch. Hey. So, bitte, Rafiki, jetzt beim ersten Trial. Danke. Häh, 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 häh. Hä? Muss doch da lang, oder? Fick den so, oder? Eigentlich. Eigentlich so normalerweise. Bin ich doch. Hey, bitte, bitte. So, bitte. Warum ist der so komisch platziert? Ich glaube, ich soll den echt von da hinten aus... Oh, Gott. Dauert ja allein das die ganze letzte Folge hier, ey. Die letzte Folge, ja. Da gibt es irgendwie noch einen eleganteren Weg. Der hängt halt irgendwie so schief, ne? Ich glaube, der ist wirklich in line damit. Also irgendwie... Also irgendwie... Boah, warum muss denn der jetzt so scheiße platziert sein, da? Häh, häh, häh... Ich habe diesen riesen Weg, den ich da verfahren muss. Das ist ultra belastend. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe hier eigentlich beim ersten Mal gemacht, glaube ich. Heeey. Welche Leiste habe ich sogar, okay. Ja, nee. Hä? Das ist ja auch nicht so ganz... Also irgendwie, der ist noch ein bisschen misplaced, oder? Der soll nicht eigentlich da so neben schweben? Das ist, ob der jetzt echt so... Oh, das tut weh. Was ist gerade wirklich passiert? Oh Gott, gleich den Band und Tredo. Ich verstehe auch das Problem nicht, warum er nicht an dem Ding grindet. An dem zweiten Ast. Geht gerade echt fürchterlich auf den Sack. Ey, muss natürlich... Der letzte... Die letzte Maske, die jetzt so ein Arschloch ist. Auf Arschloch platziert. Boah, du Schwanz, Alter. Nee, ich krieg's jetzt wieder. Da raffig ich mir richtig auf die Eier. Danke. Special Lip Bluff. Meine Güte. So, jetzt muss ich das Special ganz oben holen. Ganz easy peasy schnell. Dann haben wir's. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Hat der gerade Mini-Japaner gesagt? Äh, wird Rafiki jetzt gecancelt? Ich weiß es nicht. Bin ich die Blüter-Polizei? Man, jetzt hab ich jetzt echt drüber gesprungen bin. Was ist das hier wieder für ein... Kickhack, kickhack. Fickfack. Fickfack. Danke. Wie arg, Gläser. Nice. Das war wunderschön. So, weiter. Meine Fresse. Friedhof. Wir können letzte Aufgabe erfüllen. Alter, ich hab echt ne Viertelstunde alleine hier drin gesessen. Oh. Ist ja furchtbar. So, letzte Aufgabe. Beim Aktivieren schon mal. Naja, ich weiß Bescheid. Aber ich hol trotzdem jetzt erstmal die. Das ist schlecht. Oh, Folterbar, könnte man sagen. Oh, muss den echt hier... Gerade mal hochspringen hier. Ist ja ätzend. Oh, yeah. Hm, fuck loose. Ist der Film. Kann man da abspringen, ohne auf die Schnauze zu fliegen? Frag ich mich gerade. So, warte mal. Ich musste... Genau, special lippen. Also so. Status quo. Statuesque. Äh. Gut. Bibi, 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 bibi. So, erstmal den Überblick verschaffen. Aber das versuche ich schon... Ja. So, jetzt schon zum dritten Mal den Überblick in dem Level zu verschaffen. Das funktioniert leider nicht. Das ist ein Level furchtbar. So, jetzt sehe ich auch wieder gar keinen mehr von den Elefanten-Face-Gesichtern. Fuck-Face-Gesichtern. Ich bin heute wieder sehr beleidigend unterwegs. Ich würde sagen, es tut mir leid, aber es tut mir eigentlich nicht leid. Hilfe. Geht nichts. So. Hilfe. Bibi, 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 bibi. Hopp. So, Numero dos. Beautiful. bin ich in die Höhle imaginieren sie ich würde wissen wo ich rauskomme geht so natürlich wieder nicht ok dann ist der letzte also der die letzte mal auch hatte muss ich gleich in die Höhle ich weiß halt nicht wo die ist das ist so ein leichtes Problem an der ganzen Geschichte ich wollte eigentlich erst mal Lippen aber ok Junge warum bist du so schwermütig ja fällig bin ich froh wenn ich bei den Soundcheck nicht mehr hören muss ok ok ich muss jetzt irgendwie in diese Höhle kommen ich weiß nicht mehr wo das geht da ist das Ding so special meine Mutter seht man den alten R về dich deine Mutter weil man ist Ja, ich hasse diesen Liederfahren, ich will hier nicht mehr sein. Ich wusste es, Mann, das ist doch Kotze hier, was soll das denn? Alter Schwede, ich brech gleich ab. Ich kann nicht mehr. Bis ich es aber auch immer schaffe. Ich bin die Japaner. Ja, das wollte ich doch. Geht doch, Jesus Christ. Reptil. Anstrengend. Uiuiui, da haben wir viele oben. Ja, ich dachte, so komme ich auch. Nur denn. Wurde ich mir die paar tausend, die da rumfliegen noch eben und dann wähle ich, denke ich, die Folge. Dann wähle ich die letzte Aufgabe. Also, ne? Aufgabe, Aufgabe. Der Hype ist real. Möchte ich sagen. Bam, 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 bam. Cool. Ich habe mich nicht gegrindet. Sack Gesicht. Ja gut. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao. Ja.